Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Ja, willkommen zurück. Ja. Diesmal ohne... ...random... ...people. Aber ich glaub das letzte Mal war es auch schon so. Ich hab nicht aufgepasst. Und zwar ist der zweite da. Elektrotechnik. Und das macht das nur... ...ja... ...das ist das ganze beginnt zu tun. Exakt ähnlich... ...zahlt sich mein Studium für Elektrotechnik aus. Das hier sieht aus wie... Stell dir jetzt das Gerät an dich. Los! Ich glaube es ist fertig, oder? Na, durch. Fertig. Das X markiert die Stelle. Ja, die Dachluke. Ich frage mich, ob dieses Ding zu dem anderen passt. ... ... ... ... ... ... Aua! Shit. Ganz blöd. Ist ein Genie. Müsst du mir nicht helfen? Die werden ja nicht so schnell kommen, oder? Doch, jetzt langsam. Ich bin in voller Dankbarkeit. Oder zumindest werde ich diese Gefühlsregung imitieren. Oh, da ist nur einer. Passt schon. Was war das? Doppelte Punkte. Wir metzeln da alles nieder. Jetzt können wir uns schnell einen Taser leisten. Das ist wahr. Können wir einen neuen? Nein, das ist rund aus. Meine. Nein, ich bleibe jetzt draus. Es gibt einen Erfolg, wenn man seine Sachen befolgt. Echt? Also bitte nehmen sie Platz, dass man sich hinsetzen soll und sich. Geil. Es gibt eh so ein wenig Erfolg. Ah, meiner. Naja, ich glaube, wir werden einen Schlag machen können, oder? Es geht ja nicht um zu töten, sondern eher um zu schlägen. Ah, da ist er. Ah, weiter. Wiss ich ja nicht, Echt. Du Arsch! Du bist ein... Ich sag, jetzt. Gägen, halt hinter dir, hier. Hinten. Hinter dir. Oh... chronicisch! Ah, ich stesse sogar dir! Das hat gesessen. Bring dich noch Sälebau um, bitte. Ich bin nicht gestorben! Jetzt sag mir... Jetzt kann ich nicht raus... Ich hab nix machen können, da waren 3 Zombies, was hätte ich da sein können? Das sinnvollste war... Das sinnvollste war... Granaten. Ohne Mulsion ist es schwer, dass ich da sonst was mache. Mit dem Messer drei hinmachen. Auf den längsten ran. Hey, inster Kill ist gut. Nicht erwischt. Und... Und... Au, 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 au. Hä? Geht's not? Oh, nee. Was kriegst du denn? Na ja. Besser aus... ...das, was du sonst immer kriegst. Esstweil. Oh! Äh, ja, bitte. Da ist... Keine Ahnung. Wo liegt... Wo liegt... Ah, das Teil vom Bus. Äh, vorne oder hinten... Äh, oder die Leiter. Ja, baust grad zu. Du, ey. Ist eh erst klar, dass die was noch brauchen. Für den Bus eigentlich. Du, ey. 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 In mir gestorben. Ja, ja. Raygun! Also damit überlebt man aber ein bisschen. So. Schau, dass du nur ein bisschen Geld kriegst. Die machen wir keine zusammen mit sich. Also nur die gefährlichen da. Das ist fender weh. Bisschen! Das ist recht。 Du Colline. Aber auch. Und dann ist das will... So. Weil das ist viel Geld. Und dann ist das. Ja, das ist ganz wichtig. Und dann ist das hier wieder ein bisschen besser. Oh, wie soll ich daso laufen? Das ist nicht mehr. Dann ist das also gar nicht mehr. Deshalb will ich mir etwas wissen. Das würde das noch nicht alles abnehmen. Und dann muss ich eine Frage aufnehmen. Ja, wenn du auch wegrennst, ist das super, wirklich. Wieso? Wenn drei Zombies da sind und ich nur eine Pistole und eine Shotgun habe. Oh. Bist du drin? Nein. Schaffst du das überhaupt, Naga? Ich bin nicht drin, schaffe ich das? Ja, nachher rennen. Das geht nicht. Der Bus ist dann zu schnell. Nicht, aber bestimmt nicht still. Ja, jetzt haben wir natürlich aber ein Riesenproblem. Ich will die Waffe... Ja, wieso kann es nicht eine Meldung geben? Zu wenig Geld. Ui, weil es war. Oh ja. Gerade wie Insta-Kill kommt. Wow, wow, wow. Insta-Kill! Ah, sehr gut, da kann ich... Ah, nimm die andere Waffen! Zeig ihm schon. Bist du im Haus, ja. Bist du im Haus? Ja, da kann ich ja nichts dafür. Ich hab's auch nicht auf dich geschoben. Und... Ich hab's auch nicht... Ich hab's auch nicht super... Ich hab's auch nicht... Wir konnten probieren weiter Trainer zu erfahren. Geht das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ist da irgendwo Lava? Da ist glaube ich gleich dann auch Lava. Wenn könnte man nur zurückrennen. Glaubst? Schau mal Laufieri. Siehst du was? Lava. Kann man da irgendwie rechts? Ich bin gerade drauf, aber gut. Da ist nix. Schaut nicht so aus wie du was hast. Ihr Jungs können mit dem Leben spazieren gehen, wenn ihr wollt. Aber ich hab genug. Ich kauf mir Munition und geh mir in die andere Richtung. Ok. Stehen wir Kunden schauen, dass wir zurück kämen. Das ist eine gute Idee. Warte, die kommen schon. Obwohl, ich glaube ich kann, ich kann noch was. Wow, wow, wow. Warte kurz. Die kommen gleich. Falsch. Warte kurz. Das ist so. Was ist, was du kommst? Was ist denn, das ist was? Du bist der Tag. Was ist weg? Passt. Bist du da? Passt. Das war mit Sägersicherheit. Was ist noch nix? Die kommen eh ziemlich auf Distanz halten, wenn man sie sieht. Ja, Bus. Einsteigen! Hast du das? Nein. Ja, reben wir mich. Super, jetzt gibt der Bus entgegen. Ich renge irgendwo. Ich renge. Ich renge. Ich renge. Den müssen wir mal ein Geil holen. Wenn ich nicht langsamer wäre und du nicht so weit wäre, ich renge. Angeblich bin ich vorne so weit fuhren. So, was? Ich dachte schon, der ganze Planet wäre unter dem scheiß Nebel begraben. Man sollte Erholung genießen, wann immer es möglich ist. Oh! Wo? Ich weiß noch nicht, woher. Ich glaube von oben, weil dort habe ich gerade hingeschaut. Ist der offen? Ja. Ja. Dann wird er da oben herkommen sein. Ja, von oben. Schon wieder? Ja. Auf der Seite. Ja. Wieso? Ja. Also Kisten vielleicht. Also, ich geh. Ich geh. Ich kaufe. Ich kaufe ein Haufen zum Kisten. Lebst du noch? Ah, ich komme schon, ich komme schon, ich komme schon, ich komme schon! Äh, du bist vorgerannt und plötzlich, keine Ahnung wo, tauchen 30 Zombies an. Aber von da hinten kann keiner sein. Nein, ich nicht. So, ich kaufe das schon aufhört. Da kann man auch das Zaun bauen. Das haben wir ja schon mal gut gesehen. Ist die Kisten da? Nein, ist nicht da. Kannst du das ja sparen aufherschen? Ja, weiß nicht. Da drüben gibt es ja eine coole Shotgun. Da ist das Geld sparen. Das wird die Kisten, wird dann eh wahrscheinlich im Ding sein. Also geh mal wieder zurück. Komm mal mit. Was denn? Da drinnen ist was zum Zaun bauen, ich weiß. Da. Oder wo bist du? Ah, du bist ja gar nicht da. Scheiße, wo bist du? Hey, da kommt man rein mit der Turbine. Ja, ich weiß so nicht was wir da machen. Aber einsperren können wir uns. Nein, da kannst du auch. Ah, das ist einfach ein zweiter Weg, wie man da... Ach, Klemas gibt's. Klemas? Was sind Klemas? Ah, da! Wir müssen zum Bus! Kommst! Ich wollte die Turbine nach Wacken. Ja, nimm sie mit. Schreiner! Ohi, 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 ohi! Er hat die Tür zugemacht. Ich hätte nicht Zeit gehabt, sie zu machen. Ich war vor dir draußen. Vielleicht macht das automatisch zu. Das ist ein perfektes Timing. Er fährt gleich. Gut, passt. Sehr gut. 30 Schuss, 19 Schuss. Haha, jetzt wird's knapp. Jetzt sind wir gleich beim Stromdienst. Dann haben wir's besser. Das ist ein gut gewachsener Mais. Warum stimmst du? Ich? Achso. Ja. Ich bin gestorben. Achso, am Anfang. Jetzt hätten wir schon Taze. Mich gehabt. Sind wir da? Nein, wir sind gerade bei dem Feld, glaube ich. Gleich sind wir da. Nein, wir sind eh schon da. Ich kaufe auf. Was ist das? Okay. Habe ich? Weil das mit dem Dings da herstellen hat nicht viel gebracht. Wo? Weg da, weg da. Ich hab das einmal genommen. Oh, ja. Das hilft da. Weg da, weg da. Es kommt einer nach dem anderen. Es stimmt ja. Es kommt einer nach dem anderen. Es kommt einer nach dem anderen. Was? Ist wohl schon fertig. Verhinten es als Gamer. Ah, da hab ich nicht hinschauen können, weil ich zum Weg gestanden bin. Ich hab nur nach oben schauen können. Ah ja. Macht nix. Ja. Tschüss. Dort, tschau.